Sieh nur Aschenbröde. Da vorne sind sie. Prinz Gunnar und eine Handvoll Jäger. Die haben sogar Hunde dabei. Die sollen vermutlich das Wild aufscheuchen und geradewegs in ihre Arme treiben. Der Prinz scheint etwas entdeckt zu haben. Ein Wildschwein! Er hebt seine Armbrust und visiert das Tier an. Oh nein, nicht mit mir. Was willst du mit dem Schneeball? Dem hochwiesigen Königssohn die Tour vermasseln. Ha! Luchst, schnell weg hier! Du hast ihn voll erwischt. Was der für ein Gesicht gemacht hat. Köstlich. Die Jäger. Sie haben uns gleich eingeholt. Mist. Wir müssen uns irgendwo verstecken. Ja, Michel. Gute Idee. Ihr meint den ausgehöhlten Baumstamm dort drüben? Ja. Wenn du dich nicht so breit machst, pressen wir drei da rein. Komm schon. Geh du da hinten lang. Lass. Hey! Komm jetzt ganz leise. Das gilt auch für dich, Michel. Hier ist niemand. Aber die können sich doch nicht plötzlich in Luft aufgelöst haben. Wo seid ihr? Kommt raus! Hört ihr mich? Ihr könnt euch hier nirgendwo verstecken. Der Mann kommt genau auf uns zu. Hier ist man auch wenige Meter entfernt. Kein Mucks. Ich gebe mein Bestes. Kommt! Lasst uns weiterziehen. Wer auch immer die beiden mit dem Schneeball waren. Wir werden sie schon kriegen. Höher! Höher! Ich glaube, die Luft ist rein. Was meinst du? Ja. Der Prinz und die anderen sind wieder weg. Gut. Dann lass uns von hier verschwinden. Das war ganz schön knapp. Einer hätten sie uns erwischt. Michel, was hast du denn? Halt! Michel! Bleib hier! Komm, wir müssen hinterher. Sonst finden wir nicht mehr wieder. Der Wald wird da vorne immer dichter. Ja, du hast recht. Michel! Michel! Wo bist du? Michel! Da drüben! Bei der alten Eiche! Oh Gott! Hans, sieh nur! Da liegt ein Rehkitz. Das rührt sich nicht mehr. Denkst du, es ist tot? Haben die Jäger es erlebt? Nein. Sieht aus, als wäre es von einem Wolf gerissen worden. Das arme Tier! Der Hund muss es gerochen haben und hat uns direkt hierher geführt. Michel, beruhige dich. Warum knurrst du denn so? Der Wolf! Kommt genau auf uns zu! Bleib stehen und mach keine schnellen Bewegungen. Wir müssen ganz ruhig bleiben. Leichter gesagt als getan. Leichter gesagt als getan. Leichter sag. Geh. prophet. Geh. ấg subs Sch聯 Aus必 zu